Willkommen im Universal Spirit Sakimori Forschungslabor Vielen Dank für Ihren Besuch. Wir freuen uns auch dieses Mal auf Ihre weitere Unterstützung. In der vorherigen zwölfte Sitzung haben wir über Gold, Silber, Kupfer, Eisen und dunkle Zeitalter gesprochen, die wir von der Atlantis-Ära bis heute durchgemacht haben. Wir haben auch bestätigt, dass sowohl Rudolf Steiner als auch Ones Aburo de Gucci fast die gleiche Ansicht vertreten. Darüber hinaus verstanden wir, dass die menschliche Seele nach der Atlantis-Ära allmählich ihre Anerkennung der höheren spirituellen Welt verlor und sich in der Phase der Entwicklung des Egos in der materiellen Dimension befand. Wir haben auch darüber gesprochen, warum Jesus Christus aus diesem Grund vor 2000 Jahren auf der Erde geboren werden musste. Dieses Mal möchten wir die spirituellen Probleme untersuchen, die entstanden, weil die Menschheit während des dunklen Zeitalters Kali-Yuga in die materielle Welt versunken war. Steiner schrieb in seiner Autobiografie, dass die drei Jahre von 1897 bis 1900 eine Zeit waren, in der er äußerst konzentrierte spirituelle Prüfungen überwand. Hinweis! Der Inhalt in Klammern dient der ergänzenden Erläuterung. Um die Jahrhundertwende den Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert wuchs die Knospe schließlich kräftig. Was vor dieser Jahrhundertwende geschah, war die oben erwähnte Prüfung des Herzens durch den gefallenen Engel Ariman, der die Menschen gefangen hält Materialismus. Die Auseinandersetzung mit dem Geheimnis von Golgatha inmitten des innersten und ernstesten Festes der Anerkennung hatte für das Wachstum meines Herzens eine bedeutende Bedeutung. Auf diese Weise überwand er selbst im Einzelnen Steiner gleichzeitig mit dem Ende des dunklen Zeitalters Kali-Yuga die Prüfungen, trat in die Mysterien ein und erlangte ein tiefes Verständnis von Christus. Steiner sagt in seinem Vortrag auch. Wir leben in einer sehr wichtigen Übergangszeit. Wichtig ist, dass wir in einer Zeit leben, in der das dunkle Zeitalter zu Ende geht. Jetzt beginnt das Zeitalter, in dem der Mensch nach und nach neue Fähigkeiten entwickelt. Das Zeitalter, in dem die menschliche Seele allmählich anders wird, beginnt. Viele Menschen sind sich dessen jedoch nicht bewusst. Darüber muss man sich nicht wundern. Schon zu Beginn der christlichen Zeitrechnung war vielen Menschen das Christusereignis nicht bewusst. Das Kali-Yuga endete 1899. Jetzt leben wir in einer neuen Ära. Was hier beginnt, bereitet dem Menschen langsam neue Seelenfähigkeiten vor. Worauf ich mich hier konzentrieren möchte, ist das Ende des Kali-Yuga im Jahr 1899 und Steiners Erkenntnis, dass die menschliche Seele allmählich in eine andere Ära eintreten wird. 1899 ist das Jahr, in dem Ones Aburo Deguchi sein zweites Wiedersehen mit Nau Deguchi hatte und sich Omoto anschloss. Es ist auch die Zeit, in der sich Kunito Kotachi no Mikoto vom Hüter des Schattens zum Hüter des Sonnenaufgangs wandelte. In der göttlichen Botschaft von Omoto aus dieser Zeit heißt es. Ushitora no Konyin gleich Kunito Kotachi no Mikoto ist der Gott, der diese Welt zuerst erschaffen hat, aber weil sein Sinn für Gerechtigkeit zu stark war, wurde er 3050 Jahre lang in die nordöstliche Richtung gedrängt, sodass er der Menschheit hilft, aus den Schatten, aber der Schutz vor den Schatten reicht nicht aus, und die göttliche Tugend wird von den Menschen überhaupt nicht verstanden. Also erschien er an der Oberfläche, strahlte das Licht göttlicher Macht aus und begann, die Welt zu retten. Es ist ein großes Projekt. In dieser dunklen Welt wird niemand es ernst nehmen, selbst wenn man lehrt, dass die Morgendämmerung anbricht, aber die Zeit der Morgendämmerung naht. Und im Jahr 1900, als Ones Aburo Deguchi 29 Jahre alt war, war er mit folgenden Aktivitäten beschäftigt. 1898, erster Besuch in der Stadt Ayabe, Gründung einer spirituellen Vereinigung, Gründung der Kinmai Spiritual Society. 1899, Besuch von Omoto in der Stadt Ayabe. Neujahr 1900, Heirat mit Omiko Deguchi, der jüngsten Tochter von Nao Deguchi. 4. Juli 1900, entsiegelte Kutsu-Insel Schuhinsel. 2. August 1900, entsiegelte Kanmuri-Insel gekrönte Insel. Oktober 1900, nach ihrem Besuch am Berg Kurama zog sich Nao Deguchi für etwa 100 Trainingstage in den Berg zurück. 26. April 1901, Durchführung der Wassermission am Mutvase-Shinto-Schrein. 27. Mai 1901, das Wasser des Mutvase-Shinto-Schreins wurde ins Meer zwischen der Insel Kutsu-Insel und der Insel Kanmuri-gekrönte Insel geschüttet. 1. Juli 1901, führte die Feuermission am Isumo-Schrein durch, erhielt die heilige Flamme und Erde, entzündete die heilige Flamme vor den Göttern und verteilte die Erde im Palast in Ayabe. 1901, der Kampf von Feuer und Wasser, die große Debatte zwischen Amaterasu Omikami und Susano Nomikoto. Die Mission des Mutvase-Shinto-Schreins ist eine Programmiermission zur Vereinigung der Welt. Wenn Sie noch einmal nach Isumo gehen, wird die Mission von Isumo erfüllt sein und Himmel, Erde und die Welt werden flach gemacht. Wenn diese Mission nicht abgeschlossen ist, werden Sie die Bedeutung der Mission dieses großartigen Projekts nicht verstehen können. Sobald Sie es jedoch verstanden haben, wird es schnell gehen. Die Ersetzung Reinigung aller Seelen auf der Welt erfolgt durch die Bewahrung von Wasser und Feuer. Auf diese Weise war 1900 auch das Jahr, in dem Jinsaburo Deguchi Sumiko Deguchi heiratete, die Arbeit von Omotokyo begann und die 3000-jährige dunkle Ära der Geschichte zu Ende ging. Wenn Sie darüber nachdenken, fallen Ihnen die Worte der göttlichen Botschaft von Omoto im Januar des alten Kalenders von 1893 ein. Die Pflaumenblüten, die sich in den 3000 Welten gleichzeitig öffnen. Es ist zur Welt von Ushitora no Konin geworden. Öffne dich mit Pflaumen, herrsche mit Kiefern, es ist die Welt des Reiches Gottes geworden. Kann als das Ende des Kali-Yuga und die Ankunft des Zeitalters des Sonnenaufgangs angesehen werden. Darüber hinaus heißt es in der göttlichen Botschaft von Omoto aus dem Jahr 1915 für die Schutzgottheit, wie folgt. Wenn die Zeit gekommen ist und die drei großen Götter nicht helfen, wird sich Gottes Projekt verzögern. Da dies weder von der Schutzgottheit noch von den Menschen verstanden werden kann, muss jeder seinen Geist gemeinsam schön polieren, sonst können sie es nicht sehen, selbst wenn etwas Wunderbares vor ihnen geschieht. Selbst wenn Kunito Kotachi no Mikoto nao de Gucci dazu bringen würde, die eigentliche Sache zu schreiben und sie zu lesen, würde niemand darauf achten. Da die direkte Führung der drei großen Götter des Himmels von nun an strenger wird, wird Gott entscheiden, ob die Schutzgottheiten Japans ihr Herz nicht ändern und den Geist des japanischen Volkes nicht zur ursprünglichen Yomato-Seele zurückbringen können regeln, sodass er nicht in Japan leben kann. Deshalb wird das göttliche Gesetz dieses Mal strenger sein als das alte göttliche Gesetz. Wenn sie also ihren Geist jetzt nicht schön polieren, werden nicht nur Menschen, sondern auch Schutzgottheiten ohne physischen Körper später Schwierigkeiten haben. Damals kam mir die Überzeugung in den Sinn, dass die Jahrhundertwende der Menschheit zweifellos ein neues spirituelles Licht bringen würde. Es schien mir, dass der Drang, menschliches Denken und Wollen vom Geist zu trennen, seinen Höhepunkt erreicht hatte. Es schien unvermeidlich, dass es im Prozess der menschlichen Entwicklung zu drastischen Veränderungen kommen würde. Daraus kann man verstehen, dass das Ende des Kali-Yuga der Zeitpunkt war, an dem die Philosophie des Materialismus ihren Höhepunkt erreichte, ein starkes Licht im spirituellen Sinne auf die Menschheit geworfen wurde und dies eine Vorahnung des Anbruchs des spirituellen Zeitalters war. Das bedeutet, das Licht der spirituellen Weisheit in die Dunkelheit des Materialismus zu strahlen, um die wahre Existenz der Geister und der spirituellen Welt zu erkennen. Man kann auch sagen, dass dies den Beginn einer neuen Ära bedeutet, in der unmoralische Handlungen, die bisher stillschweigend akzeptiert wurden, aufgedeckt und schrittweise korrigiert werden. Unterdessen sagte Steiner in einem Vortrag am 25. Januar 1910 über das Ende des vorangegangenen Kali-Yuga auch Folgendes. Es ist jedoch durchaus möglich, dass die Menschen heute dieses für die Menschheit wichtigste Ereignis nicht begreifen können. Es ist jetzt viel einfacher als zuvor. Da es immer noch eine langweilige Erfahrung wie ein Schatten ist, können die Menschen möglicherweise nicht begreifen, dass es sich um einen Einblick in die wahre spirituelle Welt handelt. Beispielsweise könnte sich auf der Erde ein gefährlicher Materialismus ausbreiten, für den viele Menschen wenig Verständnis zeigen. Und es ist möglich, dass Menschen mit Hellsichtigkeit als dumm gelten und in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werden. Einst rief Johannes der Täufer als Vorläufer Christi selbst, eine neue Ära ist gekommen. Das menschliche Herz und die menschliche Seele müssen zu den Königreichen des Himmels vordringen. Dieser Schrei heilt noch heute wieder, aber es ist möglich, dass diese neue Ära an den Menschen vorbeigeht und keine Spuren hinterlässt. Tatsächlich schrie Naudiguchi, der in der Geschichte der spirituellen Welt nach dem Vorbild von Johannes dem Täufer lebte, etwa zur Zeit dieses Vortrags von Steiner ständig über das Ende der Ära des schlammigen Meeres und die Öffnung der Welt Gottes durch die göttliche Botschaft von Omoto. Die göttliche Botschaft von Omoto lautet wie folgt. Wenn sich die Felsentore des Himmels und der Erde öffnen, muss die Welt auf einmal Busse tun. Deshalb weisen wir darauf hin, wie notwendig es ist, Busse zu tun, bis das geschieht, und die wahre Uyamatu-Seele zu polieren. Da es jedoch von einer ungebildeten Person wie Naudiguchi gesagt wird, die am unteren Ende der Gesellschaft lebt, erreicht es möglicherweise nicht die Ohren der Menschen in der heutigen akademischen Gesellschaft. Gottes Programmierung, die mit bloßem Auge nicht gesehen oder mit den Ohren gehört werden kann, kann von der Weisheit, den akademischen Fähigkeiten oder dem Denken der Menschen nicht verstanden werden. Menschen auf der Welt, die den Mechanismus der göttlichen Welt nicht kennen, mögen aus verschiedenen Gründen daran zweifeln, aber das große Werk dieser Zeit ist etwas, das durch die Macht der Menschen nicht erkannt werden kann. Wenn man dies betrachtet, wird deutlich, wie stark der Materialismus damals in der Gesellschaft Einzug gehalten hatte, da die Menschen in Japan überhaupt nicht an spirituelles Hellsehen glaubten. Das lässt sich auch über die Gegenwart sagen. Der göttliche Besitz von Naudiguchi, dem Gründer, soll im Jahr 1892 begonnen haben. Daher hatte Ushitora no Konyin, auch bekannt als Kunitokotachi no Mikoto, bereits sieben Jahre vor dem Ende des Kali-Yuga den Menschen wiederholt betont, wie wichtig es ist, ihren Geist und die Erscheinung Gottes zu polieren. Steiner sagte, es ist möglich, dass Menschen mit Hellsichtigkeit als dumm gelten und in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werden. Und tatsächlich wurde Naudiguchi, der Gründer, wegen seiner damaligen Worte und Taten von der Polizei und sogar von seiner Tochter und seinem Schwiegersohn missverstanden. Im Jahr 1893 wurde er des Brandstifters verdächtigt, 40 Tage lang in einem Zimmer eingesperrt und musste harte Tage ertragen. Unter Mystikern hieß es, dass die Probleme des dunklen Zeitalters, des Kali-Yuga und des Zeitalters des Schlamms, schwerwiegende Auswirkungen nicht nur auf die Erde, sondern auch auf die spirituelle Welt gehabt hätten. Steiner stellt dazu Folgendes fest. Seit dem 16. Jahrhundert ist in die gesamte Evolution der Menschheit das eingetreten, was für die Evolution der Erde notwendig geworden ist, also durch den Sieg der Wissenschaft, etwas Sinnvolles für die unsichtbare Welt. Mit dem Sieg der Wissenschaft kamen materialistische und agnostische Gefühle stärker zum Vorschein als je zuvor. Den Materialismus gab es schon früher, doch die seit dem 16. Jahrhundert vorherrschende Intensität des Materialismus war beispiellos. Als der Mensch durch die Tür des Todes in die Welt des göttlichen Geistes eintrat, brachte er die Ergebnisse seiner erdisch-materialistischen Philosophie in die Geisterwelt mit. Seit dem 16. Jahrhundert wurden die Samen des Materialismus von der Erde in die geistige Welt getragen. Diese Samen sind gewachsen. Christus kam zu der alten hebräischen Rasse und starb dort. Und seitdem erlebte das Engeldasein, das zur äußeren Form Christi wurde, im Laufe des 19. Jahrhunderts die Auslöschung des Bewusstseins. Es ist das Ergebnis der materialistischen Kräfte, die in die geistige Welt aufgestiegen sind. Es ist das Ergebnis der seelenmaterialistischer Menschen, die durch die Tür des Todes gegangen sind. Und sechs Jahre nach diesem Vortrag von Steiner in London wurde ein sehr bemerkenswerter Inhalt durch die spirituelle Kommunikation einer ganz anderen Person in Großbritannien aufgezeichnet. Lassen Sie uns zunächst einen Teil dieses Inhalts aufgreifen. Nachdem ich gebeten wurde, an einem Großprojekt mitzuwirken, arbeitete ich zunächst an der Reinigungsaktivität der unteren Ebene. In der Antike standen die drei Schichten der unteren Ebene in engem Zusammenhang mit der Erde und dienten auch der Führung. Man kann auch das Gegenteil sagen. Das heißt, es ist eine Tatsache, dass die Unterwelt den Einfluss der Erde übernommen hat. Das ist natürlich. Denn die dortigen Bewohner waren Einwanderer von der Erde, und je näher die Welt an der Erde lag, desto direkter wurde sie beeinflusst. Der Fluss der menschlichen Entwicklung verlief damals flussabwärts, nach außen und in die materielle Welt. Das war Gottes Wille. Das heißt, Gott hatte die Absicht, sich in der materiellen Form fein zu offenbaren. Da diese Richtung jedoch nach unten ging, beschleunigte sich die Dynamik und die von der Erde eindringenden falschen Elemente wurden so stark, dass sie die spirituellen Elemente, die sie akzeptierten und verwandelten, in den Schatten stellten. Damit wir auf die Erde hinabsteigen konnten, war es daher notwendig, die untere Welt zu reinigen. Wir haben dies als Vorbereitung getan, um unsere Arbeit auf der Erde weiter zu stärken. Dieser Inhalt wurde von George Waleon verfasst, einem Geistlichen der Church of England und einem der berühmtesten Spiritualisten des frühen 20. Jahrhunderts. Dieses Mal werde ich die Details über ihn weglassen, aber diese Mitteilung ist eine Botschaft aus der spirituellen Welt, die durch seine Inspiration über einen Zeitraum von etwa fünfeinhalb Jahren vom 23. September 1913 bis zum 3. April 1919 geschrieben wurde. In Japan wird es als das Leben jenseits des Schleiers, alle vier Bände, vertrieben und gilt als Meisterwerk, das den Zustand der Welt nach dem Tod feinfühlig und anschaulich beschreibt. Dieser Inhalt stammt von einem höheren Geist, und in der spirituellen Welt ist das Konzept der Raumzeit völlig anders als auf der Erde, sodass das geschriebene Datum und die Zeit, zu der das Ereignis stattfand, natürlich nicht genau übereinstimmen. Es ist jedoch sicher, dass die höheren Geister unvermittelt haben, dass dieser Inhalt in dieser Zeit wichtig war. Aus seinem Buch geht hervor, dass es durch die Ausbreitung des Materialismus, der in die spirituelle Schicht nahe der Bewusstseinsdimension auf der Erde gelangte, zu spiritueller Verschmutzung kam, was die Kommunikation und den Schutz zwischen den höheren Geistern und den Menschen auf der Erde erschwerte. Und es hat einen weiteren Teufelskreis ausgelöst. Daher war es in der spirituellen Welt eine dringende Aufgabe, die Erde spirituell zu reinigen. Es wird auch angenommen, dass eine solche spirituelle Verschmutzung im 19. Jahrhundert zum Aussterben des Engelbewusstseins führte, wie Steiner gesagt hatte. Und um diese durch spirituelle Verschmutzung verursachte Krise zu lindern, wurden offenbar die Geister der höheren Schichten gefragt, sich an einem Großprojekt zu beteiligen. Dies ist auch der Hauptgrund dafür, dass die höhere spirituelle Weisheit seit Beginn des 20. Jahrhunderts nacheinander von mehreren Mystikern und Medien auf der ganzen Welt offenbart wurde. Darüber hinaus stellt Steiner in seinem Vortrag auch fest. Das dunkle Zeitalter, von dem die alten Propheten sprachen, ging 1899 zu Ende. Es gibt eine spirituelle Welt um uns herum, und diese spirituelle Welt versucht, sich zu offenbaren. Diese geistige Welt wahrzunehmen und ihre Offenbarung zu hören, ist unsere Aufgabe. Darauf möchte die Anthroposophie die Menschheit hinweisen. Was die Anthroposophie vorschlägt, ist nicht nur ein Problem der Menschheit, sondern ein Problem des gesamten Universums. Andererseits spricht Ones Aburo de Gucci in der Spiritual World Story wie folgt über die Beziehung zwischen der spirituellen Welt und der Erde. Viele weise Menschen von heute glauben, dass es überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Naturkatastrophen, seltsamen Phänomenen und menschlichen Angelegenheiten gibt. Der Verfall des Geistes des göttlichen Volkes auf der Erde erzeugt jedoch eine böse Atmosphäre auf der ganzen Erde, trübt das Universum, verdirbt die spirituelle Energie von Himmel und Erde und verändert die Luft, was natürlich zu Naturkatastrophen und seltsamen Phänomenen führt. Alle Veränderungen im Universum sind auf den Verfall des Herzens des Menschen zurückzuführen, der den Mikrokosmos des Universums darstellt und auch das gesamte Universum verfällt. Es ist das Gleiche, als ob die Krone einer Uhr beschädigt wäre und die gesamte Uhr nicht mehr funktioniert. Daher wird im Orakel des großen Gottes gezeigt, dass Menschen, die in der Form Gottes geschaffen sind und die Rolle Gottes auf Erden spielen, so schnell wie möglich, so viele wie möglich, ihre Herzen neu organisieren und neu aufbauen. Werde das wahre Herz Gottes. Dies basiert auf diesem Prinzip. Wie Steiner, Ohn und Ones Aburu de Gucci geschrieben haben, ist es nicht nur ein Problem der Menschheit, sondern ein Problem des gesamten Universums und der dreitausend Welten, die die Erde umgeben, der göttlichen Welt, der Geisterwelt und der materiellen Welt. Und das große Projekt, das gesamte Universum zu reinigen und zu waschen, ist die Verbreitung von Anthroposophie und Spiritualismus, und die zentrale Aktivität war die Neuorganisation und Rekonstruktion der Seele durch Ushitora no Konjins dreitausendjährige Programm Gottes, die Feuertaufe durch die Worte von Maitreya Bodhisattva und das Zweite Kommen Christi in die ätherische Welt. Abschließend haben wir in der 13. Folge unser Verständnis für das Ende des dunklen Zeitalters der Menschheit, das seit 3100 v. Chr. über 5000 Jahre andauerte, im Jahr 1899 vertieft. Es wurde auch angenommen, dass dies die Zeit war, in der Ones Aburo Deguchi Omoto besuchte, die gleiche Zeit, in der das Ushitora no Konjin gleich Konitokotachi no Mikoto Gottesprogramm initiiert wurde und die Ära des Sonnenaufgangs begann. Außerdem haben wir festgestellt, dass es von einem großen Projekt zur Reinigung der Verschmutzung der geistigen Welt nahe der Dimension der materiellen Welt begleitet wird, die durch den Materialismus auf der Erde verursacht wurde. In der nächsten Folge wollen wir die Beziehung zwischen diesem geistigen Projekt und dem Zweiten Kommen Christi in die ätherische Welt näher untersuchen. Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende zugeschaut haben. Wir schätzen Ihre fortgesetzte Unterstützung.